Da schlägst du dir das Schnäuzchen. Da kommt der auch. Wartet, dass es festgeklebt. Wartet. Ah, Moment. Ich krieg das so nicht raus. Ich mach mal so. Wunderbar. Ach, deswegen hat es festgeklebt. Ne, nimm doch die Nase weg, Schnauzi. Ich könnte mich erschießen hier, wirklich. Da kannst du das schon mal schlecken. Das ist für mich. Schokolade dürft ihr gar nicht haben. Du auch nicht. Ne? Oh, guck mal. Winterschokolade mit Spekulatius habe ich noch nie gegessen. Die finde ich total super. Die Pfefferminchschokolade und Leckereisschokolade. Ach, Kalli. Komm, nicht rumstänkern jetzt. Oh, wie süß. Oh, das hatte ich beim Auspacken nicht gesehen. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Oh, geil. Oh, danke schön. Kinder, es ist schweinekalt, aber so schön sonnig. So schön. Da sind die ganzen Vögelchen. Ja, schade. Wenn ich ran zoome, da wird es total unscharf. Ne. Ich krieg das einfach nicht hin. Da kommen so viele. Das ist so schön. Ne? Oh, wie süß. Zuhause ist, wo deine Katze ist. Wie süß. Romantische Geschirrtücher. Aufkleben auf, wie süß. Geht ihr mir auf die Eier? Ja. Aber sowas von. Oh, ja. Da kannst du mal gucken. Ui, 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 ui. Oh, war niedlich. Ne, da beiß doch nicht da rein, du Döselnuss. Ja. War süß. Dankeschön. War niedlich, ne? Hast du denn so eine dreckige Nasebuddeln warst da auch, ne? Ja, Schnuggi. Ne? Wenn es knistert, könnte es ja essbar sein, ne? Ne? Ihr seid ne...